Ja, komm, sag! Hallo meine lieben Freunde, willkommen zur neuen Folge von Dead by Dead Dead, hier. Bei uns auf dem Kanal. Simulation Market Blood 15. Ne? Diese Folge wäre jetzt nicht so schön, dann nicht spektakulär. Naja, wir wurden ermordet. Abgestochen, will ich mir behaupten. Genau noch da. Ja. Bitte gib mir das Auto vorbei. War nicht fertig, Roni. Mensch. Mensch, Mensch. Das ist kein Abo da. Ne? Und sonst. Ja, kommentieren. Ja. Das ist der tägliche. Ja, wie immer. Wie immer. Wie immer. Wie immer. Support ist kein Mord. Ja. Wir gehen auf Twitch vorbei schon auch. Das ist nicht mehr Mord noch. na Facebook Siebt noch... Ich mag mal Province war elf nur am Geschäft. Nach selbst ... Du bist im類 متich. Das Autor signal. Ob kann ich & Lo vertratenrabassig sagen? nein ich möchte nicht meine zuschauer hier verquem mit dem spielen wir wollen nur das sehen was wir jeden tag gestriebt haben man ja denke ich da hast du auch schon mal gestreamt wo sie nicht nehmen was das betätigt ja nicht um nicht noch nie kannst du machen warum ich da wo du gehst habe ich gesagt ich tue muß ja ich weiß wo sind sie irgendeine mauer so eine mauer auch gut zum puls okay jetzt nicht mehr auch klopfen Nee, nix. Mir ist keiner. Ich weiß nicht, wenn du siehst. Wo bist du? Da müsste ich. Und du? Hi. Wie müsste ich da laufen? Ach, guten Tag. 3 und 2. Langsam. Das ist so gruselig. Warum scheppert das so? Was meinst du, was du gerade macht hast? Ja. Das ist richtig. Hast du sie rausgegangen? Ach. Hast du sie rausgegangen? Ja. Hast du sie helfen? Das ist richtig. 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 Ui, warte mal kurz, ich hab wieder hier, äh, 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 wie hier sind die Dinger, wie es, äh, wo du dran ziehen musst. Wie dran ziehen? Na, ach, na, wegen, wenn der Geld hier, ach, da würde hier doch das Geld so hier machen. Oh, shit. Ja, ich hab das Geld frei. Rubbellose. Ja, rubbellose. Ah, und der nächste. Na, das ist der nächste. Ah, fuck you, Seth. Ja, komm. Sieht der an jetzt, oder was? Ja, du folgst mir nicht fest. Warum? Ich hab das. Was hast du denn gesehen? Ist hinter mir. Löff mich hinterher. Ja. Was lasst du dich tun, bitte? Einfach was. Au. Ach so, sehr. Oh, das ist keiner heißt Sexspiel. Ja. Ja, kommt jetzt darauf. Ja, das heißt eigentlich, die heißt Deep Sex Explode. So, wo, 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 wo? Ey, ja, fängt doch ab. Ich soll dich holen. Was? Soll ich dich holen? Ne, ich lebe es noch. Wurde hinten geöffnet. Wird da hinten geöffnet? Was? Baby! Na bitte! Ja genau! Ja genau! Puh! Komm! 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 Na wotten Sieg! Eines Sieg! Ja komm! Lass mir mal kurz vor! Winn! Warte, ich höre es genau hier oben! Achtung! Der Armut, oder? Achtung! Er ist runtergefallen! Wer? Er ist der Killerin! Wollt ihr ihn hier aufhängen? Oh ja! Was steckt denn hier drin? Wir sind nicht da! Stimmt's? Ja genau! Was? Ja genau! Ja genau! Ja genau! Ja genau! Ja genau! Ist das nicht schlecht! Ja genau! Wollt ihr auf dem Weg bis hin? Wir sind nicht hier! Oh ja! Wo ist er? Wer? Der Klohren. Bei der alte Schachtel? Ich bin beim Opa. Ist das bei Opa? Nee, da ist nicht der Klohren, aber ich bin beim Opa. Achtung, Gaudat. Achtung, Gaudat, 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 Gaudat. Achtung, ich hab's in eine Sekunde geschafft. Achtung. Achtung. Ach, komm. Hast du echt gut gemacht. Zwinga, zwinga, nach dem Motto. Ja, genau. Hat sie so viel Spaß? Ja. Ich bin schon mehr als zwei Stunden. So, was machen wir? Jetzt hängen wir nämlich alle gefühlt. Ja, und dann stellen wir alle auf einmal. Was kackigst du? Das zeigt mehrfach man nicht so. Hier, guck. Hä? Jetzt hängen wir alle. Tolle Lösung. Ich hoffe, dass du mal freikommst. Nee. Noch mal. Warum noch mal? Na, zweimal geht. Nein, zweimal. Leck. Na, komm. Leck mich doch im Arsch. Na, komm, sag. Ich bin mir heute eine Aufgabe erfüllt. Mit diesen Amplien. Ja. Hast du auch eins? Nee, ich hab einen anderen, weil ich da schon war. Ich hab immer, was ich im Check geschrieben hab. Oh, mein. Oh, ja. Wollt fahren. Ja. Ja. Tolle Antwort. Ja, hab ja gesagt. Mit der Rülpser. Was? Nein, ich deswegen tolle Antwort. Wie dann Rülpser meint das tolle Antwort. Ach so. War doch schon, Rülpser. Was? Wie rüppellose. Ja. Wie viel hast du wieder? Was sagt die Aufnahme? 13 Minuten. Ja, ich wollte gerade sagen, es geht dann um drei ins Bett. Ist ja gleich. Nehmen wir. Ja? Ja. Ja. Son? Hm? Son? Ja. Ist schon ein Zeit für Bettchen. So früh? Ja. Warum so früh? Warum denn nicht? Ist das auch nie im Vier? Warum ist das wieder Schule? Aha. Hä? Hä? Wenden? Warum, hä? Ja. Ist doch egal. Nein, ich wohne ja in Bayern. Da hab ich ja noch Schwule. Kannst du trotzdem länger machen als vier Uhr. Oder? Nee. Da gehst du uns nicht fit. So, hier guck. Ja. Ja. Ahem. Stimmt. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bin froh, dass ich dann früh ins Bett bin. Warum? Na, hast du schon Ruhe? Warum müssen wir nicht bis 5 Uhr machen oder so? Oder 6 Uhr teilweise, wie wir haben wir gemacht haben. Hallo, es ist Sonntag, morgen Schule. So. Guten Tag. Was? Ja. Ach nee. Ich glaube, ich habe keine mehr. Okay. Warte, ich spüre mal eine Moneten-App. Ich weiß, wie jemanden getroffen hat und hat keinen Schaden gemacht. Ah! 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 Oh! Was war der denn? Ja, das ist so unnormal, wenn ich dich rette. Das ist dann automatisch. Ist cool, gell? Musste ich aber dann auch heilen. Wenn die Liebenanzeige unten ist, dann bestürbst du. Nix am Boden. Habe ich das nicht gesagt? Oh man. Aber jetzt zieh dich auch. Was haben wir jetzt? Komm mal. 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 Lass mich nicht auf der Schleckte an den Nassen. Komm mal. Ich spiel noch ein bisschen weiter, du. Was? Ich spiel noch mal. Ich spiel noch einen. Ich spiel noch ein bisschen 880. Was denn? Ah! 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 Ich heile mich. Ah! Was ist da denn? Nach da oben! Komm, komm! Ah! Feig! Mann! Ich kann dich dann holen. Ach so. Er tut da verrecklich auch. Das war nix. Das war nix. Das war nix. Das war nix. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Wie ist das? Da war doch die Luke da. Guck mal. Ja, da war ne Luke dann da. Das wirst du dann in meinem Video sehen. Ja. Wollt mir helfen. Hat jemand Sehnsucht da. Botfahren. Botfahren. Ja. Jetzt sagt der Nachnahmezeit. 22 Minuten. Jetzt Ben. Und hochladen, dann fertig machen. Und fertig. Ja oder ja? Ja oder ja? Ja. Ja. Dann sagt er eine Endstelle. Stimmt. Gut. So würde ich sagen, sag ich danke für sobald im Leben, Freunde. Da ist kein Abo da. Liken, kommentieren. Da können wir da auf Stream... Äh, unternehmen. Dann können wir da links vorbei. Twitch. YouTube. Ja. Ja. Schaus ist ähm... Linkt. Was auch alles da steht. Genau. Steht eh die meisten Sachen drinnen, die ihr benötigt. Wie Telekralen. Die WhatsApp-Channel. Ja. Bis dahin. Bye bye. Simulation by Gnode 15. Hey. Spiele Gamer. Ich dachte, das ist das erste in die Gamer. Bye bye. Tschüss. 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 Lasst eure Handy... Eure Handy... Eure Handy vor die Bedeckung und haltet eure Ohren steig, meine kleinen... Zuckers... 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 Ui, Haas. Bye bye. Tschüss. Tschüss. shadows. Musik Immerg DU